In den Tagen vor der Veröffentlichung von The Witcher 3 tobte ein neues Downgrade-Gate durchs Netz. Fans warfen dem Entwickler CD Projekt Red vor, sie absichtlich getäuscht zu haben, da die nicht mal ein Jahr alte E3-Demo von The Witcher 3 ein grafisch opulenteres Spiel versprach, als schließlich ausgeliefert wurde. Dazu gesellte sich eine Reihe von Verschwörungstheorien zu den Hintergründen der Veränderungen am Spiel. Wir wollen deswegen in diesem Video versuchen, mithilfe zweier hochkarätiger Experten etwas mehr Licht in die Hintergründe des Grafik-Downgrades zu bringen und stellen einige der wichtigsten Behauptungen mit ihrer Hilfe auf die Probe. Die Konsolenhersteller Microsoft und Sony, so heißt es, sollen beispielsweise Druck auf Entwickler ausüben, damit das Spiel auf dem PC nicht erheblich besser aussieht als auf einer ihrer Plattformen. Hierzu haben wir gleich mehrere Branchenexperten befragt, die meisten allerdings off the record, also ohne namentliche Nennung, da sie für namhafte Hersteller arbeiten und andernfalls erst die dortige PR-Abteilung um Genehmigung bitten müssten, welche es in der Regel nicht gern sieht, wenn über andere Studios oder Publisher gesprochen wird. Fast alle von uns befragten Experten sind sich einig, Microsoft und Sony haben nicht direkt irgendetwas mit dem Witcher-Downgrade zu tun. Die Konsolenhersteller, so wurde uns berichtet, fordern in der Regel höchstens einen gleichzeitigen Release auf allen Plattformen. Käme ein Spiel erst Monate später auf die Konsolen, dann kann das ohne Zusatzinhalte schwierig werden. Eine Anforderung, die im vergangenen Jahr übrigens durch das Öffentlichwerden der sogenannten Launch-Parity-Clause für Indie-Entwickler auf der Xbox One teilweise belegt wurde. Ein Einflussnahme auf die Grafik des Spiels schließen die von uns befragten Experten allerdings einheilig aus. Einer davon, Christopher Schmitz, war bereit, uns ein offizielles Interview zum Thema zu geben. Er arbeitete bis vor kurzem als Director of Product Development für Ubisoft, wo er Teams von bis zu 300 Entwicklern eignete. Seit letztem Jahr ist er Director of Production beim französischen Studio Quantic Dream, den Macher von Heavy Rain und Beyond Two Souls. Schmitz sagt dazu folgendes. Also solche Gerüchte habe ich natürlich auch schon oft gehört, aber das ist Quatsch. Das ist eine Urban Legend, würde ich mal sagen. Im Großen und Ganzen liegt es daran, dass solche Großproduktionen vor allem als Lead-Plattform erstmal die Playstation und eben auch die Xbox haben und dass danach dann die Version auf dem PC geportet wird und da dann einfach nicht mehr so viele Mittel investiert werden, um dann eben die PC-Version wesentlich besser aussehen zu lassen wie die Konsolen-Version. Und das wird es dann im Großen und Ganzen schon sein. Aber wirklich, dass die Konsolenhalter den Herstellern Geld dafür zahlen, dass die PC-Version schlecht aussieht, das glaube ich wirklich nicht. Das habe ich auch noch nie gehört innerhalb von irgendeinem Unternehmen oder auf irgendeiner Messe und das hätte ich ganz sicher gehört. Tatsächlich braucht es gar keine Konsolen, damit ein Entwickler seine Grafik zurückschraubt. Dies geschieht schon bei reinen PC-Entwicklungen seit Jahren. Denn während Spiele-Enthusiasten wie die GameStar-Community oft über sehr leistungsstarke Rechner verfügen, haben High-End-Grafikkarten im Gesamtmarkt der PC-Spieler einen vergleichsweise kleinen Anteil. Viel wahrscheinlicher ist daher, dass The Witcher einfach nur für Midrange-Grafikkarten optimiert wurde. Eine Erklärung, die auch unser zweiter Experte Wolfgang Engel für am wahrscheinlichsten hält. Der gebürtige Deutsche ist einer der führenden Experten für 3D-Grafik in Computerspielen weltweit. Als Mitglied der Research & Technology Group bei Rockstar war Engel einer der Hauptverantwortlichen für die Entwicklung der Rage-Engine, die in Spielen wie GTA 4 und Red Dead Redemption zum Einsatz kam. Nach seiner Zeit bei Rockstar machte er sich selbstständig und unterstützt mit seiner Firma Konfetti jetzt zahlreiche Triple-A-Produktionen, wie zuletzt Tomb Raider und Battlefield 4. In unserem Skype-Video erklärt er, warum CD Projekt Red nicht einfach mal eben eine weitere extrem detailreiche Grafikoption für absolute High-End-Systeme anbieten konnte. Wenn du eine Million in Produktionskosten, in einen Charakter investierst, bist du ganz gut. Du bist jetzt die 5 Millionen, kannst du schon in Top-Positionen einkaufen. Du kannst mehr oder weniger in den Dimensionen denken. Ein Charakter im Spiel kann wirklich sehr teuer sein in der Produktion. Und das hängt dann davon ab, wie hoch du gehen willst. Und dann gibt es eben Firmen, die können höher gehen. Die haben mehr Geld. Und dann gibt es Firmen, die einfach niedriger bleiben müssen, weil sie schlicht und einfach das Geld investieren können. Es sind rein wirtschaftliche Überlegungen. Es ist eine Menge manuelle Arbeit involviert in den ganzen Art Assets. Und am Ende des Tages läuft es einfach darauf hinaus, wie viel Geld haben wir und welche Grafikkarte oder welche Performance hat unsere Zielgruppe. Und dann optimierst du das, halt darauf. Anders ausgedrückt, CD Projekt Red hat nachgerechnet, wie viel es kosten würde, The Witcher 3 in der gezeigten Qualität fertigzustellen und wie viele potenzielle Käufer am Ende überhaupt ein System haben, auf dem diese Version lauffähig wäre. Das Ergebnis sah vermutlich nicht gut aus. Ein typisches Problem, sobald ein Spiel für mehr als eine Plattform entwickelt wird, sagt auch Chris Schmitz. Man müsste im Prinzip für gerade die ganzen verschiedenen Renderingverfahren, die es halt heutzutage gibt, müsste man speziell abstimmen auf die einzelne Hardware, wo dann eben einfach auch kein Geld und keine Zeit mehr da ist. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Deswegen wird im Großen und Ganzen die Konsolenversion einfach genommen, auf den PC geportet, dann läuft sie und dann wird ein bisschen optimiert und das war's dann. Dies entspricht im Grunde auch den Aussagen eines angeblichen Insiders von CD Projekt Red, die auf der Webseite WHATIFGAMING zitiert wurden. Dort wurden ebenfalls rein finanzielle Gründe ins Feld geführt. Man habe schlicht nicht die Manpower und das Budget gehabt, mehrere Versionen für unterschiedliche Plattformen zu entwickeln, sagt der Insider. Was bleibt, ist die Frage, ob es irgendwo da draußen eine Version von The Witcher 3 gibt, die tatsächlich aussieht wie die E3-Demo 2014? Wolfgang Engel sagt, das sei zumindest nicht völlig ausgeschlossen. Häufig kommt es vor, dass Grafiken im Spiel zunächst in einer höheren Qualität produziert werden, um dann für die verschiedenen Plattformen angepasst zu werden. Allerdings, sagt Engel, ist es gang und gäbe, dass spezielle Versionen nur für eine E3-Präsentation geschaffen werden, die es als komplettes Spiel dann hinterher nie gibt. Natürlich versuchst du, wenn du auf einer Messe bist oder auch irgendwo anders, dich von deiner bestmöglichen Seite zu zeigen. Ich meine, es gibt viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo Demos mit extremen High-End-Grafikkarten gemacht worden sind, um natürlich auch zu beeindrucken. Ich meine, die ganz dunkle Vergangenheit der Spielebranche ist, wo du also Videos und Screenshots gemacht hast, die eine wesentlich höhere Auflösung haben wie jeder Monitor und deswegen wesentlich scharfer aussehen und die dann natürlich als Ingame verkauft hast. Aber ich glaube, die meisten Leute machen das heute nicht mehr. Aber du versuchst natürlich, dich von deiner besten Seite zu zeigen und machst dann unter Umständen ein Level, der nur für die E3 ist. Normalerweise E3-Level ist ein stehender Begriff, weil jedes Spielestudio möchte natürlich auf der E3 was zeigen. Und dann geben sie sich immer besonders Mühe auf der E3, was besonders Schönes zu machen. Und du siehst das dann auch im Quellcode. Das ist ein Witz zwischen Programmierern mit den E3-Hacks. Das Define-E3-Hack, das dann drin bleibt, bis das Spiel shippt. Auf Nachfrage äußert sich auch Chris Schmitz zum Thema der E3-Präsentationen ganz genauso. Also was The Witcher da genau gemacht hat, kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin ja nicht dabei gewesen. Allerdings ist es schon eine gewisse Best Practice in der Industrie, dass Trailer mit der Game Engine gemacht werden. Allerdings die Game Engine dann vielleicht nur noch mit ein oder zwei Frames pro Sekunde läuft, wenn überhaupt. Um dann eben eine wesentlich bessere Qualität zu produzieren im Trailer. Allerdings ist das nicht verwunderlich. Das machen nämlich alle. Und wenn man das eben nicht machen würde, dann hätte man wahrscheinlich einen Trailer, der wesentlich schlechter aussehen würde wie die Konkurrenz. Die Aussagen unserer Experten treffen vermutlich insbesondere auf den Trailer The Beginning aus dem Jahr 2013 zu, von dem aber vermutlich auch kein informierter Spieler je angenommen hat, dass die fertige Spielgrafik je dieses Niveau erreichen würde. Auch, dass irgendwo bei CD Projekt das komplette Spiel auf dem Niveau der E3-2014-Demo existiert, halten die Experten, die wir gefragt haben, größtenteils für sehr unwahrscheinlich. Allenfalls geben einige zu bedenken, dass es für den Entwickler Sinn machen könnte, das Spiel in ein paar Monaten als Enhanced Edition erneut auf den Markt zu bringen, diesmal mit höherem grafischem Niveau, um den Spielpreis hochzuhalten und den Titel erneut ins Gespräch zu bringen. Im Wesentlichen, was sie gemacht haben, so wie es aussieht, ist, dass sie am Level of Detail System geschraubt haben. Normalerweise mit zunehmender Distanz von der Kamera reänderst du weniger Qualität. Das heißt, du reduzierst die Anzahl an Eckpunkten und du reduzierst auch die Texturenresolution, das ist die Auflösung von den Texturen. Du hast mir noch ein Bild gezeigt mit den Wolken. Ich vermute mal, die hatten volumetrische Wolken im Spiel und die sind ziemlich teuer. Und wenn du dann schaust, wo du gerne deine Zeit verbringen möchtest, deine Rechenzeit, dann haben die wahrscheinlich die Wolken entweder rausgenommen oder einfach nur reduziert. Das ist auch ziemlich typisch. Der andere Punkt war Innenraumbeleuchtung. Die meisten Spiele heutzutage verwenden Deferred Lighting. Das ist eine bestimmte Beleuchtungsmethode. Und das wird besonders verwendet in den Innenräumen. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Lichtern hast und die Lichter auch noch Schatten werfen, das ist relativ teuer. Und dann versuchst du halt, die Lichter nur dort zu platzieren, wo es wirklich Sinn macht und nur dann den Lichtern auch Schatten zu geben, wenn es auch nur Sinn macht. Also wenn du weißt, dass jemand durchläuft und dann möchtest du gerne den Schatten sehen. Und das ist auch etwas, was du praktisch tunst in der Entwicklung von den Spielen. Und es sieht so aus, dass von den Videos, die du gezeigt hast, dass die ein paar Lichter rausgenommen haben, um es schneller laufen zu lassen. Und dafür aber den Ambientenbeleuchtungsanteil hochgedreht haben. Das heißt also, die haben praktisch die ganze Szene ein bisschen heller gemacht, um es nicht so offensichtlich zu machen, dass ein paar dynamische Lichter entfernt worden sind. Und es sieht ein bisschen inkonsistent aus, aber das macht Sinn in der Entwicklung. Ob CD Projekt allerdings 2014 schon wissen musste, dass die dort gezeigte Qualität nicht dem entsprechen würde, was sie 2015 auf den Markt bringen, dazu wollen sich unsere Experten nicht äußern. Ein weiteres letztes Gerücht, das die Runde macht, ist, dass die intensivere Farbgebung im Spiel eine Konzession an den amerikanischen Käufer sei. Dort drüben, so liest man häufig, stehen sie auf grelle Farben. Eine Faustregel, von der zumindest Wolfgang Engel noch nie gehört hat. Auch die anderen von uns befragten Experten glauben, die pauschale Aussage der US-Mark Wolle, buntere Farben sei so nicht korrekt. Dagegen sprechen allein schon andere Erfolgstitel, die auf eine stark entsättigte Optik setzen. Ähnliche Gerüchte über eine angebliche Vorliebe für farbenfrohe Spiele in den USA kursieren übrigens schon seit Jahren. Zur Veröffentlichung des Spiels Back Offs the Line des deutschen Studios Jager Entertainment gab es bereits ähnliche Spekulationen. Timo Ullmann, einer der Gründer des Studios, sagt sonst jedoch auf Nachfrage, man habe schlicht mit den Farben herumgespielt, bis sie nach Meinung der Entwickler die Stimmung des Spiels gut trafen. Territoriale Vorlieben gäbe es zwar, aber die seien nicht genau genug messbar oder vorhersehbar, um danach den Look eines Spiels auszurichten. Das bestätigt übrigens selbst Ivan Erdloff, der bis 2009 als Joe Wood Producer an der Entwicklung von Arcania beteiligt war. Das Spiel von Spellbound wurde seinerzeit extra für den US-Markt etwas farbiger gestaltet, da Fokusgruppentests laut Erdloff eine leichte Präferenz für kräftigere Farben erkennen ließen. Am Ende, so erzählt Erdloff heute, hätte man aber selbst damals bestenfalls 5-10% bessere Verkäufe durch die Farbanpassung erwartet. Heute, so sagt er auf Nachfrage, würde er auf eine solche Anpassung verzichten und sogar eher auf einen leicht desaturierten Look mit stärkerem Kontrast und Film-Grain setzen. Die Erwartungen an den Look eines Triple-A-Spiels haben sich seit damals recht deutlich verändert, so Erdloff. Andere Entwickler mutmaßen deswegen übrigens, dass vielleicht das Gamedesign für die Änderung der Farbpalette verantwortlich war, beispielsweise, dass sich die Spielfigur oder manche Gegner bei desaturierter Farbgebung nicht ausreichend vom Hintergrund abgehoben haben. Kommen wir abschließend also zu einem kleinen Fazit. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Microsoft oder Sony direkten Einfluss auf die Entwicklung von The Witcher 3 in Bezug auf die Grafikqualität genommen haben, was den PC angeht. Viel wahrscheinlicher ist stattdessen, dass CD Projekt einen möglichst großen Anteil des PC-Marktes erreichen wollte und das Spiel daher auf Midrange-Grafikkarten optimiert hat. Darüber hinaus ist wahrscheinlich, dass eine der Konsolen-Plattformen als Lead-Plattform der Entwicklung fungiert hat, höchstwahrscheinlich die PS4. Dafür spricht auch, dass frühe PC-Versionen des Spiels noch komplette Konsolen-Steuerung integriert hatten. Eine Version des kompletten Spiels auf dem grafischen Niveau der Präsentation von der E3 2014 existiert darüber hinaus wahrscheinlich nicht. Ob der Entwickler allerdings zu dem damaligen Zeitpunkt bereits wusste, dass er die dort gezeigte grafische Qualität am Ende nicht abliefern können würde, ist unklar. Und schließlich die Veränderung der Farbpalette ist keine pauschale Anbiederung an den US-Markt, es ist allerdings durchaus möglich, dass sie aufgrund von Fokusgruppentests entschieden wurde. Andererseits ist es auch möglich, dass Gameplay-relevante Gründe dafür sprachen. Eine abschließende Antwort, das geben alle Experten zu bedenken, könne schließlich nur der Entwickler selbst geben. Bei CD Projekt Red haben wir nach einem Interview gefragt, allerdings hat man mit Verweise auf den Launch von The Witcher 3 vorläufig abgesagt, zu einem späteren Zeitpunkt will sich der Entwickler allerdings gerne äußern.